Der Krieg zeichnet Cybertron, die Heimatwelt der Transformers. Schon seit Millionen von Jahren. Megatron, der Anführer der Decepticons, hat vor kurzem eine alte Macht entdeckt, die ihm einen Vorteil gegenüber den verhassten Autobots verschafft. Diese Macht nennt sich Dunkles Energon und befindet sich auf einer Raumstation unter der Herrschaft eines Decepticons namens Starscream. Den Kurs halten. Starscream würde nicht so erbittert kämpfen, wenn die Legenden nicht wahr wären. Lord Megatron, seid ihr sicher, dass es hier ist? Ich bin sicher, Marricade. Und wenn ich es finde, wird sich das Blatt endlich zu Meilengunsten wenden. Lord Megatron, die Stabilisatoren versagen. Richtung Weiber halten, Brawl. Nicht nachgeben. Unterlichtantriebe offline. Schäde bei 15 Prozent. Gesamte Energie auf Kanonen und Triebwerke. Volle Kraft voraus. Aber Sir, das ist Selbstmord. Noch jemand einwende? Rammt dieses Kriegsschiff direkt ins Herz dieser Station. Wir können froh sein, das überlebt zu haben, Megatron. Die Starken überleben. Die Schwachen werden vernichtet. Lord Megatron, Reaktorkampf versagt. Explosion steht kurz bevor. Bewege um die Septikons. Schnell. Der Kerl explodiert jeden Moment. Los, los, los. Hier fällt alles auseinander. Vorsicht. Megatron, hier lang. Hier drüben. Du Fuh. Ich bin Starscream und ich beschütze diese Station bereits seit über tausend Jahren. Ich bin Megatron, Anführer der Decepticons. Diese Raumstation gehört uns. Ergibt dich. Auf der Stelle. Wer du auch bist. Du kannst eine Lame. Nur auf Untertitel. Für Megatron. Reicht nur, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Es ist Lord Megatron! Fühlt euch geehrt. Zerstört diese Geschütze! Sie nehmen uns aufeinander! Ich hasse automatischen Geschütze! Nichts zum Sammeln, ich glaube es ja kaum. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu scoren. Was sind Sie vorwärts? Schneidet ihn in dem Lagerbereich! Winkert in die Graben! Los, los! Sieh da! Die Begrüßungskolonne! Ja, wenn ich mal Zeit zu flinze! Und sieh da! Und sieh da wundern, dass das nicht am initiation zu sehen ist! Ja! Das war das du geschossen, wenn ich das mal so gesagt habe. Ja! 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 Dürf! Oh, nein! Wow! Vier brings out the mega mag. Ich will die Schärftikon-Zahn aufketten! Die Kran-Zahn! Diese Narren wollen uns hinter der nächsten Tür in einen Hinterhalt locken. Mit diesem Kran können wir den Einschlag-Tunnel erreichen und sie flankieren. Den Spieß umdrehen! Gefällt mir! Verwalt deine Spar-Megakrasch! Beginne Waffenkühlung! Der Spieß umdrehen! Deine Koordinaten, Soundwave. Und ich will, dass bei meiner Ankunft alles bereit ist. Starsqueak, wir sind bereit. An unserem Hinterhand kommen Sie nicht vorbei. Enttäusch mich nicht, Soldat. Nein, Sir. Das ist beinahe zu einfach. Das ist voll erbisch. Das ist voll erbisch. Das ist voll erbisch. Das ist voll es, Albert. Mein Berat, das ist eine Höre von der toothelischen Herkstaun. Aber Yep, die Ohye. Das ist fein, kleine Mutter. Hücherns! Mach auf, die Seventikant! Überhitzung! Megatron, ihr warnt eure Angriff! Megatron, ich dachte, ihr werdet nur noch einen Haufen Schrott! Euer Auftuch überrascht mich! Niemand kann sich mir widersetzen, Starscream! Übergib mir sofort ein Dunkel-Energon-Programm! Dunkles Energon! Seid ihr verrückt? Dunkles Energon bringt nur Chaos und Zerstörung! Genau darauf zähle ich! Megatron, kann ich Starscreams Kopf abreißen und in den Weltraum schleudern, wenn alles vorbei ist? Geduld, Brawn! Starscream kennt diese Station in- und auswendig. Er könnte uns noch nützlich sein! Die Waffe! Wissen Sie, Seventikant! Beginn den Achtung! Waffenseventikantorat! Oh! Guter Wunsch! Relater! Regatron! Megatron! Euer Kommandoposten ist zu 83,4% fertiggestellt. Sieht ihr Mauter für alle 100% Fähigkeiten das Fenster aufs Väst! Es geht ihm auf den Beinen! Wow, das ist ganz schön hoch. Spreng, es gibt einen kleinen Weg und zwar nach unten. Aber, Megatron, wie sollen wir hier raus? Das hättet ihr früher vorgenommen. Die Eindringlinge sind hier! Ruf Verstärkung! Decepticons, benutzt diese Geschütze! Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen! Das ist ein tolles Beispiel für Schießkunden! Die Eindringlinge sind hier. 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 Das hab ich gebraucht. Was haltet ihr jetzt von dir? Ja! Auf den Verein zum Feuer! Du hast den Heavy-Win zu den Crossfeeds hierhergekommen. Woah! Oh! 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 Oh!